Lasst euch überraschen, viel Spaß und schönen Abend noch, Hamburg! Ja, sehr, sehr interessant, Freunde. Kann man auf jeden Fall machen. Wird, denke ich, eine schöne Veranstaltung, hoffe ich. Und für einen guten Zweck kann man hinterstehen, feiere ich. Ihr könnt sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt green und denkt immer daran, in jedem Fall steckt ein kleiner Mastag! Bis zum nächsten Mal.